gut und willkommen es freut mich dass du wieder eingeschaltet hast hier bei mir beim whisky bubbler und heute bin ich wie ihr seht auf der whisky fair in limburg tolle messe tolle abfüllung ist es ein traum ist der zweite tag gestern war schon hier hatte mein spaß heute bin ich noch mal da so viel tolle abfüllung schon im glas gehabt also es unglaublich chichibu hat mich richtig geflecht sand magdalena ein alter aus von 64 und 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 also tropfen der hammer limburg ist einfach so das mecker für alte malls also wer raritäten mag und sagt ich labber mich da mal durch loch seit 1 cl für 3 euro also relativ preiswert würde ich sagen teilweise teilweise auch teuer aber auch guten standardstoff schöne treffen forums treffen und so weiter ich nehme euch jetzt einfach mal mit film ein bisschen was von limburg kurz und knapp heute einfach paar eindrücke von der messer mal schauen was ich einfangen und ich wünsche euch viel spaß dabei bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.